Wir sind der 10.6.2022. Jetzt war hier noch ein Spatz. Er war vorhin gerade hier. Ah, hier ist er noch. Jetzt konnte die Kamera direkt hinhalten. Jetzt wird es noch ein Spatz. Da ist es noch ein Spatz, das ist noch ein Spatz. Ich schauze sie, dass es noch ein Spatz nicht gibt. Vielen Dank für's Zuschauen.